Ihr solltet das, was ihr übt, immer so oft es geht variieren. Beispielsweise, wenn ihr gestern Alternative Picking geübt habt, solltet ihr heute ein bisschen Legate oder ein bisschen Fingerpicking üben oder lernt ein paar neue Akkorde. Habt auch keine Angst, andere Stile kennenzulernen. Das kann sehr, sehr inspirierend sein. Probiert das, was ihr übt, in einen Song einzubauen. Das wirkt viel weniger trocken und kriegt einen coolen musikalischen Kontext. Mein Tipp dabei ist, nehmt euch auf, entweder mit einer Kamera oder mit einem Looper.